hallo und herzlich willkommen zu mr luke zock pro cycling manager 2021 heute mit der letzten finalen folge von la vuelta ispana 2021 wir nehmen hier etappen 19 20 und 21 in angriff und versuchen natürlich ja möglichst noch das maximale rauszuholen das bedeutet lucas hamilton ist aktuell sechster in der gesamtwertung michael messius weiter in der punkte wertung uns stehen hier noch bevor eine ügelige etappe mit flachen finale dann noch mal eine mittelschwere bergetappe und das abschlusszeit fahren natürlich versuchen wir jetzt auch nick schultz hier mal wieder eine ausreißer gruppe zu bringen um noch weitere bergpunkte zu sammeln das klappt jetzt hier nicht so wie gewünscht weil es eigentlich im kampf um die bergwertung sehr sehr gut für unseren australischen fahrer aussieht 32 punkte vor guillaume martin aber die 20. etappe hat glaube ich noch einige bergpunkte auf dem programm also da bin ich mir noch nicht sicher dass die jetzige punktzahl ausreicht und wird gern noch etwas mehr sammeln zumal sich auch unser größter kontrahent guillaume martin hier in der ausreißer gruppe befindet derzeit deswegen ist das natürlich auch wichtig dass wir hier mit schultz nicht das feld ihm quasi kampflos überlassen zudem haben wir noch jetzt sowohl kleiss und lastra in der gruppe schultz musste da gerade ein bisschen ackern um da ranzukommen an die gruppe ja ich glaube hier im sprint hat er heute nicht den besten punch doch am ende schaffen wir es glaube ich sogar noch an martin vorbei genauso ist es drei punkte für schultz und zwei für guillaume martin bei der ersten dreier bergwertung gleich geht es direkt in den nächsten anstieg und der kampf um die nächste wertung ist hier ein brand sprint zwischen schultz und martin können wir da noch mal vorbeikommen na ist glaube ich nur der dritte platz geworden aber auch guillaume martin musste sich hier gegen lastra geschlagen geben wenn ich das richtig gesehen habe blicken wir mal auf das ergebnis so ist es lastra fünf martin drei und schultz ein punkt also wir sind auf jeden fall gut dabei um ich denke heute nach der etappe genügend punkte gesichert zu haben um das berg trikot zu gewinnen wir kämpfen um die dritte bergwertung auch hier jetzt ziehe ich das schon mal früh von vorne an und ich glaube niemand kann nick schultz hier mehr den sieg abnehmen so ist es da gehen weitere fünf punkte auf unser konto hier ging guillaume martin sogar leer aus noch besser für uns also der vorsprung wächst weiter stetig an tumbo wismar kontrolliert hier das feld noch 63 kilometer bis ins ziel und die fünf mann aus der ausreißer gruppe hier in front ja am vorsprung von fünf minuten der hält sich relativ gleichmäßig also könnte ich mir sogar vorstellen dass hier vielleicht auch mal eine gruppe durchkommt da hätte ich im prinzip mit nick schultz auch nichts dagegen den halte ich nämlich hier durchaus für einen geeigneten kandidaten auch wenn wir dann ja mit messius nicht um den sieg springen könnten nicht das jetzt heute auf der etappe aber gar nicht unbedingt schlecht so ich lege mich jetzt fest der sieger kommt eindeutig aus der spitzen gruppe und ja das haben jetzt eigentlich alle soweit eingesehen und deshalb gibt es hier jetzt auch in der ausreißer gruppe erste attacken wir sind nämlich inzwischen über sechs minuten in front ich weiß nicht was die beste strategie unsererseits wäre leis ist natürlich auch eigentlich ein guter sprinter ja gute frage ich könnte es auf dem ziel sprint ankommen lassen gegen kleist denke ich die beiden werden hier die beiden besten jetzt wohl auch nicht schlecht die homata sollte sicherlich eher hier am anstieg versuchen was er jetzt auch tut aber ich glaube das reißt nicht aus um hier die anderen stehen zu lassen ich bin jetzt einfach mal so dreist das wird mit sicherheit nicht klappen aber mit lucas hamilton hier noch mal was zu versuchen in der gesamtwertung mein jumbo wismar könnte das ja eigentlich ziemlich latte sein andere andere direkt hinterher ja sieht so aus ich wollte das jetzt einfach hier mal provozieren und gucken ob wir da in der gesamtwertung noch was machen können können wir leider nicht wäre auch unrealistisch ehrlich gesagt aber die chance musste ich einfach mal wahrnehmen ich nehme jetzt aber auch glaube ich wieder raus denn das hat eigentlich keinen sinn ja in der ausreißer gruppe hat sich noch nicht so viel getan weiter attacken links und rechts noch keiner entscheidend weggekommen jetzt in lastra und martin vorne lasse mich jetzt hier mal ablösen mit schulz schulz hat heute eine minus eins tagesform also ich glaube fast die anderen sind stärker ich würde gerne auf dem sprint ankommen lassen bin mir aber nicht sicher ob wir uns da verzocken keiner will führen ich versuche jetzt mal eine attacke mit nick schulz aber direkt guiomartin am hinterrad die anderen setzen erst mal gerade noch nicht so recht nach kommen kann ich vielleicht mit martin hier zusammenarbeiten wir haben jetzt hier erst mal ein loch von 15 sekunden gerissen mein gegen guiomartin im sprint das wäre eigentlich nicht schlecht lastra versucht jetzt das loch zu schließen wo es gibt attacken irgendwie im hauptfeld und jetzt muss ich hier multitasken ich mache mal gerade ganz kurz pause adam yates attackiert jetzt hier beziehungsweise gorka isagiere was macht das für einen sinn macht eigentlich keinen sinn ich will hier natürlich nicht ins hintertreffen geraten zeitlich gesehen aber will natürlich eigentlich die etappe gewinnt ja ich glaube ich nehme jetzt mit nick schulz raus werden nämlich jetzt wieder kassiert was machen wir hier die letzten 1,6 kilometer keiner macht hier richtig was ja ich versuche jetzt mal mich ans hinterrad von kleiss zu hängen ja scheiße kleiss gewinnt aber schulz hatte glaube ich nicht genug power wir werden hier nur zweiter am ende doch leider ein bisschen verzockt muss ich sagen nicht das richtige timing gehabt hier auf unserer seite wir wurden hier jetzt mit unseren anderen fahrern im peloton ein bisschen überholt mich hat auch der ja unerwartete kampf hier in der gesamtwertung sorry ein bisschen abgelenkt muss ich sagen dementsprechend habe ich es nicht so gut gemacht komm michael Matthews ist jetzt nicht am hinterrad von stannard so wie das eigentlich hier der fall sein sollte das ist ein bisschen blöd deswegen wird Matthews glaube ich punktetechnisch auch nicht ganz da landen wo wir ihn gerne hätten ja hinter roglitz aber das grüne ist glaube ich eh weg da hat roglitz leider zu viele punkte etappe nummer 20 zunächst mal das wichtigste vorab es gibt hier noch insgesamt lass mich kurz zählen 18 23 28 punkte in der bergwertung und nick schulz liegt glaube ich plus minus 40 punkte oder so in front also bergtrikot haben wir schon mal gewonnen dann können wir uns jetzt also noch mal um hamilton oder vielleicht den tageserfolg kümmern muss noch mal schauen wie wir das vielleicht hier am besten angehen so auf der etappe 20 ist hier jetzt eine acht mann spitzengruppe raus martin ist wieder dabei aber wie gesagt keine gefahr mehr im bergtrikot ich habe jetzt mal mir überlegt dass wir hier eine großoffensive starten werden und zwar an dem vorletzten anstieg alto de prado und ja mir eigentlich egal wie das rennen bis dahin läuft ob da noch ausreißer vorne sind oder nicht wir werden hier im verlauf der etappe erstmal jetzt noch ein paar kilometer und zurückhalten aber dann das tempo forcieren und hier an dem anstieg dann attackieren das tempo richtig erhöhen und mit hamilton noch mal was versuchen denn die schlusssteigung 8,5 kilometer durchschnittlich 5,5 prozent ist einfach nicht mehr schwer genug am letzten tag ist noch das zeitfahren also riskiere ich mit hamilton hier noch mal alles vielleicht verlieren wir den sechsten platz das werden wir glaube ich aber wenn wir passiv fahren ohnehin tun denn blas auf 20 sekunden hinter uns und bernal 45 die sind beide im zeitfahren besser also ja realistisch betrachtet bleibt hier wahrscheinlich eher der achte rang für uns mit hamilton und nach vorne da haben wir fast zwei minuten auf schachmann der ist ein besserer zeitfahrer also da geht vermutlich auch nichts mehr aber ich will auf jeden fall noch mal alles riskieren vielleicht verlieren wir dann auch noch mal ein zwei plätze mehr aber wir haben es immerhin noch mal versucht das tempo ist jetzt hier echt wahnsinnig hoch inzwischen auch wir fahren jetzt den kategorie 1er berg hoch die ausreißer sind noch 2,15 in front zirka wollte jetzt eigentlich hier auch mal das rennen machen aber rhein und ineos sind uns hier zuvorgekommen lucas hamilton wurde hier leider gerade durch den sturz ein bisschen aufgehalten ist uns andré zeitz hier auch rausgecrashed ja er ist schon zu weit zurück als dass er noch was machen kann niebe momentchen wir nehmen mal wieder ein bisschen raus niebe und hamilton sind noch nicht ganz da wo sie sein sollen im feld da so jetzt sind alle beisammen und michael matthews hier stellvertretend für roglitz natürlich im grünen trikot er machte jetzt mal selber dampf jack hake über rhein victorius machte jetzt das tempo ja ich glaube der plan den ich hier vor hatte umzusetzen den können können wir wieder verwerfen denn sonst fahren wir hier unsere eigenen fahrer zugrunde dafür sind wir anscheinend heute einfach nicht stark genug 36 mann hier im feld ja danach erstmal eine lücke und uns sind noch vier dabei die gehen aber quasi auch auf zahnfleisch hier und die ausreißer sind noch über drei minuten vorne also ich glaube auch fast dass hier die ausreißer ins ziel kommen werden vorne haben wir das duo de la cruz und guillaume martin dahinter rüdemola dann eine ziemlich große lücke von zwei minuten jan pollans champizant und dann kommt das hauptfeld angeführt von jetzt tom pitcock nur noch 28 mann im peloton gleich einmal eine sprint wertung jetzt haben wir hier ein kurzes tal bevor es dann auf den alto de prado hoch geht ich hatte hier zwischenzeitlich hier mal mit nick schulz übernommen aber heke und pitcock die fahren einfach so schnell dass ja ich da eigentlich gar nicht mehr einen oben drauf legen kann jetzt wollen wir aber hier tatsächlich mal alles versuchen und geben hiermit stannard und dann auch hamilton beziehungsweise niebe vollgas 90 einsatz berghoch der ist zwar nicht so steil hat in der mitte ein flacheres stück und am ende wird es noch mal steiler ich hoffe wir können hier irgendwie bisschen was bewegen 31 mann hauptfeld scrollen wir mal durch ob sich hier irgendwie was tut unterschiedliche helfer fallen zurück julio ciccone hat hier ein bisschen abstand der ist ja aber inzwischen auch neunter im dc also nicht mehr direkt für uns eine gefahr ich glaube der wird uns eh nicht mehr einholen jetzt kann ich hier auch mal michael jewe noch als letzten helfer für hamilton benutzen aber das läuft leider auch nicht so gut wie ich mir das gedacht hatte ich dachte wir können hier mal das feld an dem berg bisschen auseinander nehmen und eine attacke versuchen aber ja ehrlich gesagt hat lukas hamilton dafür auch nicht mehr die power ja die anderen wanken glaube ich auch aber ich kann jetzt keine attacke mehr setzen um mit ihm weg zu fahren gucken mal ist hier irgendwie jemand zurückgefallen der relevant für uns ist sieht nicht danach aus leider nein das bedeutet am ende also viel halb um wenig ertrag also kein ergebnis sie war kopf machte jetzt das tempo für indios wir sind nur noch 1 13 hinter den beiden führenden also die werden sicherlich gleich an der letzten steigung noch eingeholt aber ich glaube nicht dass ich damit lukas hamilton noch eine entscheidende attacke setzen kann jetzt gibt es hier erste attacken bei dieser kleinen kurzen gegenwelle bleibt jetzt hier aber erstmal ruhig sitzen und gibt nicht zu viel denn das hat sich jetzt auch wieder neutralisiert hier nur noch 50 sekunden hinter den beiden ersten und dann fahren wir so gleich auch ein in die schlusssteigung 8,5 kilometer 5,5 prozent im durchschnitt maximal aber 15,7 also sehr ungleichmäßig diese schlusssteigung unten raus jetzt erstmal steiler und nach oben wird es dann flacher tempo verschärfung von landa chicone ja eigentlich gefühlt fast allen hier jetzt mit badé und carapaz kann ich jetzt glaube ich hier nicht mitgehen oh hamilton überzieht hier jetzt auch völlig geht da über sein limit da muss ich hier ordentlich zurückschrauben und ich glaube da werden uns jetzt noch einige hier überholen jetzt kommen wir hier in den steilsten abschnitt und hamilton ist am ende seiner kräfte also die taktik geht hier überhaupt nicht auf vorne haben wir richard carapaz der ist jetzt 17 20 sekunden ja ungefähr vor dem hauptwelt und lucas hamilton schon weit distanziert hier muss ich leider sagen carapaz hat jetzt den teufelslappen erreicht der wird wohl oh ich dachte der wird hier als sieger hervorgehen nein roglitz hat natürlich wieder nur gewartet bis zum richtigen zeitpunkt aber tatsächlich kommt er da nicht mehr ran carapaz gewinnt in der tat ich dachte roglitz sprintet da leichtfüßig noch ran nein der wird nur zweiter bernal dritter dann kommen eigentlich die wichtigsten gc fahrer und wir sind deutlich deutlich weit zurück lucas hamilton kassiert hier ordentlich zeit bei dieser ja verhältnismäßig mittelschweren bergetappe würde ich mal sagen landet am ende bei mindestens dreieinhalb minuten ich glaube es war sogar noch etwas mehr und wir uns mal die zeitabstände an die ersten nur wenige sekunden auseinander ab schachtmann auf rang 13 klafft schon eine lücke zwei minuten 29 zum sieger lucas hamilton drei minuten 35 hier verloren auf richard carapaz das bedeutet nun in der gesamtwertung ui 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 meine fresse deutliche deutliche veränderungen leider zu unseren ungunsten lucas hamilton fällt von rang 6 auf platz 10 risiko gegangen und ja völlig nach hinten losgegangen muss ich sagen da ja hätte ich wahrscheinlich am besten einfach viel konservativer fahren sollen dabei sind wir ja noch nicht mal so richtig in die attacke gegangen wie ich das eigentlich vor hatte aber sei strom hamilton 10 18 minuten 15 lopez zwei sekunden hinter uns kassi 50 sekunden hinter uns nach vorne ja michel lander knapp knapp eine dreiviertel minute ohne eineinhalb er ist also doch noch an uns vorbeigezogen lasov hatten sprung gemacht der ist fünfter nun schachmann und bernal ist das podium anbelangt ja da könnte sich durchaus noch was tun kampf zwischen caruso badet und carapaz um rang 2 3 und 4 wo so ungefähr eine minute vor badet und dann eine dreiviertel minute dahinter richard carapaz lasov auf rang 5 hat eigentlich keine chance mehr nach vorne zu kommen punkte wertung kann man jetzt schon sagen geht das trikot an primos roglisch das bergtrikot hat nick schulz von uns hier eingetütet bester nachwuchsfahrer wird sich zwischen vladow und bernal entscheiden und die teamwertung denke ich das ist auch schon safe gewinnt in neos grenadiers hier ist nun das abschließende zeit fahren von padron nach santiago de compostela ein hügeliges zeit fahren das kommt hamilton hoffentlich etwas entgegen ich bin mal gespannt wie er abschneiden kann ich mache mir da keine allzu großen hoffnungen aber das einzige ziel ist top 10 zu behalten ist leider jetzt nur noch der zehnte platz da hätte ich mir echt wenigstens den achten gewünscht aber ich hoffe eh nicht dass wir jetzt nicht noch den zehnten platz hier verlieren wir begleiten jetzt hier andre zeitz auf seinen letzten 1100 metern das zeitfahren ist doch deutlich bergiger als ich ursprünglich dachte ja ich teste mich langsam hier jetzt ran da hätte ich am ende noch ein bisschen mehr gehen können also ist wirklich ein auf und ab aus nicht zu viel und nicht zu wenig einsatz also da bin ich noch nicht so mit zufrieden vielleicht ist drop standard jetzt mal ein geeignetes test objekt nenne ich mal plus vier tagesformen auch bei zeit fahren jetzt virtuellen 77 sekundäre werte super im plus bereich also der könnte hier ganz weit nach vorne fahren wenn ich das dann entsprechend gut dosieren ich gehe das ganze hier jetzt erstmal mit einer 75 an also ich glaube overall kommen wir damit ganz gut aus und können dann auf der schlusssteigung in richtung ziel noch mal ordentlich anziehen ich glaube so werde ich das jetzt erstmal machen das wird dann erstmal eine diskrepanz sein zwischen erster und zweiter zwischenzeit gemäß den erfahrungen der vorherigen fahrer aber ich hoffe wir können dann bei der dritten zeit im ziel nachher noch mal zulegen denn da geht es auch noch mal eine längere zeit lang immer stetig berghoch das standard ist bei der ersten zwischenzeit gar nicht mal so schlecht 10 mit 57 sekunden rückstand bei der zweiten zwischenzeit zweiter mit 28 also da fährt die ki ja deutlich anders und nimmt da eine abfahrt anscheinend völlig raus so dass die dann vermutlich am ende jetzt in dem letzten drittel noch mal richtig beschleunigen können ich habe jetzt schon mal auf eine 80 erhöht ich glaube das ist immer noch zu wenig unterdessen starten hier auch viele andere unserer fahrer hier kommt jetzt einer nach dem anderen hier auf die strecke wo springen wir wieder zu rob stannard jetzt auf den letzten 500 metern rote leiste ja knapp vor ziel aufgegangen fünfter rang 45 sekunden ja gar nicht so übel da kommen natürlich noch viele aber eigentlich für einen der ist auch nicht so der beste im zeitfahren ist natürlich mit guter tagesform aber bin ich damit eigentlich zufrieden ich hoffe ich kann nachher mit hamilton ähnlich gut hier abliefern michael messius ist auf der strecke zwanzigster eine minute genau seinen rückstand bei der ersten zwischenzeit nick schulz hat heute auch eine gute tagesform den habe ich mal auf eine 76 gestellt der ist allerdings weiter zurück bei der ersten zwischenzeit 1 21 als ja nicht so guter zeitfahrer messius war bei der zweiten zwischenzeit hier auf rang 4 nur vier sekunden hinter rob stannard vielleicht können wir da jetzt bei der finalen steigung noch mal mehr rausholen und das optimiert angehen im vergleich zu rob stannard und da noch mal eine bessere platzierung herausfahren ich gehe jetzt hier schon mal auf eine 88 so zwei kilometer vorm ziel dass die rote leiste ein bisschen kontinuierlicher runter geht ah shit die gelbe ist aber leer gegangen das habe ich hier ein bisschen verpatzt und messius geht jetzt am ende in luft auf der bleibt jetzt hier gefühlt fast stehen und ja kassiert damit am ende noch deutlich zeit ist aber nicht so schlimm hauptsache das passiert gleich bei hamilton nicht stichwort hamilton der ist jetzt auf reise ich gebe dem mal eine 75 zu beginnen nick schulz ist jetzt auf dem letzten kilometer und ja der letzte kilometer ist noch mal ein bisschen steiler bis zu fünf prozent das darf ich nicht vergessen wenn wir hier die rote leiste auf brauchen wollen nicht zu früh alles geben wir vergleichen mal miguel angel lopez und lucas hamilton denn lopez kommt jetzt gleich als erster zu der ersten zwischenzeit mal schauen wie der hier abschneidet 1 23 rückstand der ist ja in der gesamtwertung genau nur zwei sekunden auseinander das heißt wir müssen vor dem bleiben das ist wahrscheinlich erstmal das wichtigste zehn sekunden langsamer lucas hamilton jucati haben wir natürlich auch noch der ist aber schon fast eine minute weg der ist aber auch ja schon mal deutlich schneller als lucas hamilton also da müssen wir noch eins drauf legen und wenn mal was die anderen leute hier machen egan bernal 1 10 er kämpft natürlich noch gegen max schachmann aber eigentlich sollte schachy hier der deutlich bessere zeitfahrer sein um seinen sechsten platz abzusichern so ist es harapaz 34 sekunden rückstand ad 1 10 ui harapaz hat ja knapp eine dreiviertel minute grob gerechnet das könnte also noch machbar sein caruso 34 sekunden also ich denke carapaz kommt noch auf rang drei auglitsch natürlich hier die neue bestzeit 18 sekunden vor seinem teammate kreuzweig im ziel führt inzwischen aber nicht mehr kreuzweig sondern magnus court nielsen lucas hamilton ja bei der zweiten zwischenzeit erwartbar besser als bei der ersten so habe ich hier auch ja die einsatzbalken konzipiert sage ich mal müssen wir aber zusehen dass wir hier ein gutes finale fahren seine gelbe leiste wird gleich aufgebraucht sein und jetzt geht es hier an die rote 80 die letzten 500 meter ich glaube das geht sich ganz gut aus jawohl kommen noch mal 99 ins ziel gibt alles zwei minuten rückstand ich habe jetzt leider nicht gesehen wo lopez gelandet ist da werden wir uns ein bisschen überraschen lassen müssen aber ich befürchte ehrlich gesagt gemessen an seiner zwischenzeit vorher dass der wohl vor uns sein könnte das hieße dann natürlich wir verlieren leider die top 10 vlasov befindet sich jetzt auf den letzten metern hier ziemlich gute zwischenzeiten auf rang fünf und im ziel ist er ebenfalls fünfter 36 sekunden rückstand richard carapaz attackiert noch den dritten rang fünfter mit 25 sekunden rückstand da ja glaube ich muss roman badet hier sein podiumsplatz noch am ende räumen der schneidet hier ähnlich schlecht muss man sagen ab wie lucas hamilton 1 12 lässt er mich lügen strafen da hat er am ende noch mal richtig einen rausgehauen ich glaube es reicht aber dennoch schauen wir hier nochmal kurz auf den sieger primos roglitz natürlich kein problem ich glaube aber es reicht trotzdem für karapaz so primos roglitz gewinnt das zeitfahren vor magnus court nielsen und steven kreuzweig die gesamtwertung sieht so aus richard carapaz klettert auf rang 3 verdrängt roman badet und wenn ihr hier auf rang 10 schaut seht ihr wir sind leider nicht mehr dabei miguel angelopas stößt uns hier noch von rang 10 die bergwertung immerhin das einzige trikot geht an unseren australischen fahrer nick schulz sehr überzeugende leistung in den bergen von ihm punkte wertung leider ziemlich deutlich an primos roglitz bester nachwuchs fahrer alexander vlasov der hat sich hier auch noch mal deutlich mit einer minute von egan bernal abgesetzt teamwertung wie gesagt erwartet an inios grenadiers und am ende sehen wir ja es ist sehr knapp 13 sekunden hinter lopez 6 sekunden hinter kathy landen wir sogar nur auf dem zwölften rang schade schade aber so ist es am ende bike exchange enttäuschend in der gesamtwertung nur auf rang 12 primos roglitz übrigens exakt 10 minuten vor dem zweiten das muss man sich mal reinziehen also dominanter geht es eigentlich gar nicht der hat übrigens auch sieben etappen hier gewonnen also ich glaube mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen wir haben insgesamt vier tappensiege geholt alle mit michael matthews das berg trikot und ja wie gesagt leider ein etwas enttäuschenden zwölften rang in der gesamtwertung unter dem strich kann man aber glaube ich damit zufrieden sein wäre roglitz nicht beziehungsweise das punktesystem hätten wir auch das punktetrikot geholt aber gegen roglitz mit sieben siegen kannst du nichts machen gut ab ja ich hoffe die videoreihe hat euch gefallen genauso wie der heutige abfluss dann natürlich dann gebt mir einen daumen nach oben und lasst doch gerne ein abo da wenn ihr noch bock auf mehr pcm 2021 content von mir habt mir hat es eine menge spaß gemacht mit bike exchange hier die vuelta zu spielen in nächster zeit wird es dann ja erstmal keine grand tour mehr geben verständlicherweise bis zum giro im nächsten jahr das heißt ich werde mich natürlich auch wieder mehr der karriere von kubeka beziehungsweise uni credit dann bald widmen und auch diversen anderen rennen die noch anstehen denn ja erstmal in den nächsten wochen gibt es natürlich noch einige hat rennen ich hoffe ihr schaltet beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt mr luke zock pro cycling manager 2021 macht's gut und bis dahin ciao